um hallo Freunde des schlechten Geschmacks wir spielen auf der das Spiel war auch Kiel Teil des Todes das genau die 64 Mann selber macht euch auf ein Gemetzel gefasst ich hoffe doch dass es eins wird und ich glaube dass er gar nicht bisschen auch leckt gerade Scherz hat auch mal sein dass ich weg bin meine Sicht wir sind mitten in der Runde eingestiegen weil das Dinger 1000 Tickets sind zu warten bis die Rums sind wer hat bisschen lang gedauert ich bin übrigens bei Foxtrot doch das ein Gegner wer auf mich nimmt wie gesagt bewegt mich gefühlt wo sitzt er ich bin jetzt auch bei Foxtrot der rennt gerade von der Fahne weg ich fliege mal bei der Z11 mit Goodies oder auch nicht der auf mich hat die Havoc gerade abgesehen ja ich hole mir einen Panzerzerstörer ja eigentlich bin ich gestorben also wenn es nicht schneller geht dann ja aber ich habe einen Pink von 20 komisch und weil ihr schaut keiner Webstream oder mir ne gucken wir was in der Basis so rumsteht da steht ein Alter jetzt nicht mehr denn Zerstörer hatte ich nicht lange da ist nämlich gerade Flak und Tele auf mich losgegangen das war schon ja versuch mal Jeep fahren ob das Alter wie der fliegt ich habe einen Turmschuh an Bord ihr Ärsche ich komm mit hab's gesät na die haben ja das ganze Chip äh ich würde mal sagen probieren wir es bei Golf ne ich bin tot ich bin tot scheiß Wiper ja ach aber bei mir ruckels und buckels und Holzfällercamp da gehen wir mal hin servus oh das ist ein Tank auch du kannst uns wer nicht ein Quad was ist das die nehm ich mit Nippat nehm, nehm nehm ich mit nehm, nehm ich mit ja nehm mir geht das doch rein ja wo fahrt ihr den frente ich bin nicht drauf ist ein anderer GmbH 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 er sucht nicht glaubt ja nicht so keine Leiche Bekommel Volkraten ich bin nicht immer muss so gut also er wird mein Sound weiterhin aber er wurde umzugt Ruckel und Zuckel also ich muss das hier an der Stelle jetzt mal für mich beenden ja eventuelle Sachen einfach mal abzuschießen ja ICQ schieße ich jetzt mal ab ja ansonsten kann es sein dass deinem Rechner zu viel ist Prozesse, Dienste Leistung 34,29% CPU-Ausleistung und 1,3 GB Arbeitssprecher also bin ich grad bei 9% gewesen Battlefield läuft ja auch nicht ja aber 11%, 16% so rum, dümpelter rum ja wo kommst denn du her? ja Anwendungen habe ich nur Origin und Battlefield und Firefox naja dann Firefox ist auch so ein Ressourcenkiller ja ich komme ich ich bin in der Warteschlange ok das ist doch recht ärgerlich dass das jetzt so ich probiere mein Glück mit der Z11 jo viel Glück viel Erfolg also da ich dir joine müsste ich eigentlich in deinem Squad aber ich trete schon bei Internetverbindung ist auch ok toll also ich kann mir irgendwie nicht erklären warum das hier ruckelt doch schon auf jetzt da kaum der Luftschirm im Übrigen liebe Zuschauer guten Morgen wir haben es 5 Uhr das ist nicht die doch ein bisschen treuern nein mit Verlaub wir haben es jetzt irgendwas zwischen 19 und 21 Uhr zu wohl immer Fallschirm und auch noch keine Menschen Fallschirm beschießen laut Genfer Konvention ja du musst ja nicht jeden Scheiß also die Artillerie lässt hier rein wo steht denn die? am anderen Ende von der Map also ich bin wieder in deinem Squad in deinem Squad ok ja ich suche mir mal ein Fahrbau und Untersuchzen versuche die Artillerie zu naßen ja das ist kein Stück besser ich glaube das liegt echt an der Anzahl von den Leuten halt halt warte auf mich bleib doch stehen Fisch nicht schießen ja ich wollte nur signalisieren dass ich drin bin ich sehe das doch mein Pink ist 18 also aber es rum äh fällst du ins Kampfgebiet zurück? ja ja feindlicher Panzerzerstörer ist mir egal ich will die Flak holen Flak oder die Artillerie? ja die Artillerie äh was hast denn du um die zu holen? ich bin Pio naja und ich hab wieder einen falschen Perk drauf macht doch nix so fahr mal hoch ja lol da ist grad der gegnerische Jet ins gegnerische Ganschip reingeheizt ja ich sehe schon die tatsächlich noch ein bisschen den Sound von der Stahl in Orgel alter ist das Gelände zu uneben hier da war ich so langsam wahrscheinlich rucklitz bei dir genauso nö bei mir rucklitz nix oh hier konnte man doch mal hochfahren ah ich höre sie schon da ist sie boah ich bin tot da rennt einer rum ich hab ihn ich hab sie kampfunfähig geschossen und bist tot ja jetzt repariert er auch wieder oh 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 äh ja dann komm ich mal als Versorger ne ja nehm mal ein Mörserchen mit tada ich bin drin ah du bist der Pilot mhm also muss ich den Gegnern echt lassen die schirmen die da hinten echt gut ab und der steht auch nicht dumm feindliche Z11 gespottet und ich bin schon wieder tot what the fuck der Abrams hat uns abgeschossen ja aber hattest du ne der hat mit der normalen Kanone geschossen glücksschuss nö also ich krieg das auch ab und zu mal hin ja ab und zu mal aber es ist nicht die Regel ach wenn fein übsch kriegst du das eigentlich oft hin ich wo bist oh Hanna da steht ein Panzerzerstörer und ein T90 ich hab den T90 nimm du den Panzerzerstörer ja so äh ja ich bin im Einsatz ne russischer Einsatz ach so ich bin bei der Punktstation da wo die fucking Artillerie gerade die ganze Zeit drauf lässt ja ich versuche mal ob ich die mit dem Tank vielleicht holen kann Sneak Attack und so scheiß Viper Sneak Attack wirst du nicht hinkriegen dafür ist der Viper Pilot zu gut ah ein Little Bird Mist Hilfe in allen Seiten kommen sie oh man kenschnitt auch cooler Name mal gucken was im Einsatz so rumsteht mal gucken was im Einsatz so rumsteht das ist da vorne eine Rampe ne das ist ein Haus da vorne eine Rampe ne das ist ein Haus so wo fahren wir denn hin äh Artillerie jagen oder ist aber auf der anderen Seite wir können es ja mal versuchen fail wollte da durchfahren ja Mist das ist die falsche Brücke schnell weg hier wir fahren jetzt mal hier einfach lang vorne ist ein Quad ja ist aber schon down alle man raus lass mich doch da lang werden wo lang denn ja da war ne Wand die Wand war mir im Weg du willst den Punkt einnehmen ah jo ey ajo ist mein Spruch wenn wir schon mal da sind bis sie die Front versetzen ah feindlicher Tank wo vom Hügel hat einen drin der ist ja unser Heli gibt dem gerade ja und Scanship gibt uns wir nicht Scanship hat ja gar kein Thermal mehr kampfunfähig da kommt noch ein zweiter da kommt noch ein Panzerzerstörer da kommen noch zwei ich wurde geneift ich kann nicht fliegen gerade das ist eh abnormal wie der ist bei mir leckt bei mir hätte man nicht spawnen sollen wurde gerade weggesnippt ja ich weiß auch von wem der sitzt oben auf dem Turm vom G-Scheißen in Deckung ich wurde schon wieder weggesnippt ja der Sniper ist wahrscheinlich anvisiert beziehungsweise ange also markiert und dann hat er erst der Tank ich wollte den Tank zitieren aber bei mir leckt es eh so abnormal ich glaube 64 Euro Server packt ein PC nicht so steht er hier rum wo wechsle ich denn die Waffe hier an der Z11 F wenn es ja hasse nö aber eigentlich hatte ich ja freigeschaltet da habe ich doch gerade einen Sniper abspringen sehen na holst du die Base Räben in dem Häuschen wo wir gerade eben vorbei gefahren sind versuch mal auf D zu landen ich habe da eine Spawn-Bay gesehen und habe eine Granate drauf geworfen aber in der Zeit ist da einer gespawnt dann habe ich erschossen und dann ist der Scharfschütze davon gespawnt und da ist auch eine Granate gestorben oh ja und ich bin abgestürzt also ich brauche echt einen Joystick zum Fliegen vor allem wenn es so leckt dann ja wie gesagt kannst du mal einen mitnehmen ja ne muss ich mir mal holen muss ich mal dran denken ganz schön achso Paradroppen ich will nicht Paradroppen Arbor will ich auch nicht fliegen ich spaw mein Fisch ich bin zu Fuß unterwegs ne ja und ich renne sinnlos durch die Pampa auf dem Weg zu D oder wie ich glaube wir hier alles haben ja ganz schön und so ja aber das hat man doch gerade noch ja aber das hat es begegnen also da ist noch über 300 Ticket sind weil die Runde zu Ende bringen aber auf jeden Fall nicht auf dem Server bleiben weil das ist das ist okay kein Thema du bist ein du für einer ja der Typ der gerade mitten in der Pampa steht und nichts tut also hier lecken irgendwie alle ein bisschen ja ja das ist einfach die Servergröße What the fuck wie konnten der mich erwischen ich stand hinter nem Container ich empfehle nicht bei mir zu spawnen genau das schon ich hab ihn ich hab ihn den Tank nein den Sunny der da ausgestiegen ist Mist AHHHHH ich hab ihn genau luftabwehr beim fisch tanki tank wir was probieren die kriegste nicht markiert ganz schön ist zu weit weg da müssen wir uns hier parken guck mal ob die base camper da wieder da sind die saßen dann nämlich vorhin wenn man mich das nicht oder bist du in schleichfahrt ist nicht gerade nicht schiff da lässt sich leichter lenken ja das die die artillerie ja wo sie ist bemannt oder nein meine mit aufklappen so wo wir uns mal denn rein ja lol worauf schießen ja 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 Okay, are we fast? Wie Null Hit Marker, was soll denn der mit Bits? Hallo Gani Sicherlich ein bisschen Sofira und so Mal gucken, ob ich bravo von hier aus treffe Bravo? Ja Versuchen mit dem Quad so, Foxtrot mich durchzuschlagen Kann ich Speer machen Wo? Nö, reicht nicht Okay, Speer für Foxtrot ist da, aber Foxtrot sind jede Menge eigene Leute, also Feuer nicht nötig Panzerzerstörer kommt auf Foxtrot Bitterhole, Panzerzerstörer kommt auf Foxtrot Feuer kommt Bisschen vorhalten Nicht vorhalten Ich bin mal zu weit Scanship hat mich Scanship wird sich gleich zerlegen, mein Gutes Solltest, hast du die RAs drauf? Nein Ich zerleg grad was ganz anderes Was? Und zwar das Werkzeug Ja lol Ja lol Musst du retten? Jo Äh Die Fahne wird grad eingenommen Steig ein Man kann da nicht zu zweit rein Wo sind sie? Da im Container Hallo Da, nehm doch Muni Hm? Mach mal Danke Bist du ganz? Ja Äh Da ist ein Quatsch Da ist ein Quatsch Nein Das hat er mich überfahren Ich habe ihn vom Quad runter geschossen Und so ein Quad hat mich überfahren Jo, ich wurde geretzt So muttert Gebrasse grad massiven Artillerieschlag auf Delta Na dann fahren wir mal dahin, ne Geh mal schön weiter feuern Ja, was glaubst du das ich tue? Also auf Sekundär hatte ich da nämlich immer die Airburst drauf Das ist zu kurz Bei mir zeigt es aber an, dass ich defallhitte Die sind gerade zu kurz eingeschlagen Ich weis dich mal kurz ein Hm Paketen kommen? Ja Gut so Ich seh genau dass da allen Gegner ist, aber ich treffe ihn nicht Ah, Sprengstoff vernichtet, Sprengstoff vernichtet Schön Gebringstoff vernichtet Alter Gegner eliminiert Flagge verteidigt Immer schön weiter feuern Ich bin da Der neue grad schon wieder Gegner eliminiert Wartung Er warte massive Artillerieunterstützung Artillerie kommt in 5 4 3 2 Feuer Die ist schon da Und Artillerie im Anflug Nein da ist einer, links im Gebäude Ich seh da nur D Links von der Fahne Das dauern Immer schön weiter schießen Artillerie kommt Hitmarker bekommen Na ich sitz mit nem Typ hinter Harvok Ich halt weiter auf D gell Ja ja Ich greif grad mit dem Typ das Gunship an Gunship down Verlage mal meinen Beschluss auf E Da kommt einer, da kommt ein Tank Wo? Ach du bist weiter hinten, sorry, hatte die falsche Fahne im Blick Jammer Jo So Prekursier mich wieder auf D Beziehungsweise ein Stück vor D Komm schon, komm schon Komm, 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 komm Ja lol Fucking Hornet Jetzt kommt glaub ich ein Tank Alter wie kann, kann Level 8 noch so gut fliegen Übung Ich setz mich mal mit der I-Klar in den Heli jewel Na los greif%, du kommst an Fliegen Okay, ich bin erledigt. So, fuck unter dem Radar. Ja, M142, was ist das, Panzerzerstörer, oder? Dieser Spack, wer der Pilot, oder? Ja, haben 10% Schaden bekommen, springt er raus. Abgestürzt? Ja, quasi. Wo bist du? G wird angegriffen. Ja, da komm ich mit. Sind im Container. Ja, äh, warte, Alter. Hab ihn. Ich hab selbst Schmock gegangen. Sie ist selber gesprengt. Ja, dabei war meine Granate sichtbar im Container. Danke. Jum, meine zwei Flaggschüsse kriegen wir noch raus. Oh, schade. Also von dem Surfer runter, weil der ist FUBAR. Aber ich will noch sehen, was ich bekommen hab mit meinen zwei Kills. Und neun Verlusten und keinen 1000 Punkten. Sehr gut, mobile Artillerie-Punkte hab ich echt gut Punkte gemacht. Ja, von allem 20 Punkte in der Z11. Ich hab Anti-Explosiv-Ribbon zweimal bekommen. Oh, los zum Heli. Spring, B enden, also ich gehe runter So Leute, danke fürs Zuschauen, bis dann Tschö Tschö